Zwei Wochen lang kämpfte er um sein Leben, sagt eine Freundin über Ex, Let's Dance, Profi Christian Behrens. Der Tänzer ist im Alter von 46 Jahren unerwartet verstorben. Große Trauer um einen ehemaligen Let's Dance Profi. Christian Behrens war einer der RTL-Stars der Staffel des Jahres 2010. Er tanzte mit Sylvie Mais, schied aber wegen Rückenproblemen vorzeitig aus. Nun ist er im Alter von nur 46 Jahren verstorben. Let's Dance Ex-Profi Christian Behrens gestorben Behrens lebte und arbeitete schon vor seiner Let's Dance-Teilnahme in New York. Seit mehr als zehn Jahren war er einer der ständigen Trainer der renommierten Stepping-Out-Studios. Express.de erreichte einen seiner dortigen Kollegen telefonisch. Ja, es stimmt leider. Christian ist kürzlich verstorben, bestätigte er die traurige Nachricht. Bereits Ende April 2024 war Behrens in die Herz-Intensivstation eines Krankenhauses im Stadtteil Brooklyn eingeliefert worden. Seine gute Freundin Irena Canova berichtet, er kämpfte zwei Wochen lang um sein Leben, verlor jedoch den Kampf und verstarb am Dienstag, dem 14. Mai. Sie organisiert nun einen Spendenabend, hat außerdem eine Spendenaktion auf GoFundMe ins Leben gerufen. Denn, auch wenn Behrens selbst seit vielen Jahren in New York lebte, dort viele Freundinnen und Freunde hatte, soll er in Deutschland beerdigt werden. Canova weiter. Seine Mutter kommt aus Deutschland, um ihren Sohn nach Hause zu holen. Behrens tanzte in seiner erfolgreichen Karriere auch bei der Nordamerika-Tour von Dancing with the Stars in der spanischsprachigen Erfolgsshow Sabado Gigond und trat 2008 im Rahmen der Oscar-Verleihung auf. Ich bin so traurig. Du wirst von so vielen vermisst werden, schrieb seine Freundin Wanda Polakova auf Instagram. Die Tänzerin der slowakischen Version von Let's Dance arbeitet ebenfalls in New York, betreibt dort das Big Apple Boy Room Studio. Für Let's Dance kehrte Behrens 2010 kurzzeitig in seine Heimat zurück. Er startete als Profi-Tänzer von Sylvie Mais, die kürzlich in Dessou für FHM posierte, hieß damals noch Van der Vaat, in die Staffel. Nach sechs Shows musste er jedoch mit Rückenproblemen verletzungsbedingt aufgeben, für ihn sprang Christian Polanz ein. Er und Mais wurden Zweite, gewinnen konnten die Staffel Sofia Tomala und Massimo Sinato. Für Behrens blieb es das einzige Engagement in der RTL-Tanzshow. oatische Musik Verleihung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020